Der Rücken ist eine ziemlich perfekte Konstruktion. Muskeln und Bänder halten ihn aufrecht und beweglich. Darunter das stabile Skelett. Wirbel und Bandscheiben schützen das empfindliche Rückenmark. Und doch ist das System anfällig. Jeder Zweite, der einen Orthopäden aufsucht, kommt wegen Rückenproblemen. Denn schon kleinste Veränderungen in dem fragilen Gebilde können schmerzhafte Folgen haben. Bei der Suche nach der Ursache für die Schmerzen fahren die Ärzte ein ganzes Arsenal an Untersuchungen auf. Seit sie mit Röntgenstrahlen in das Innere des Körpers gucken können, haben sie besonders einen Verdächtigen als Verursacher der Schmerzen im Auge, die knöchernen Wirbelkörper. Die Wirbel können brechen, das kann schmerzhaft sein. Bei einer Osteoporose allerdings werden die Knochen im Alter sehr langsam immer spröder und brüchiger. Statistisch gesehen haben vier von zehn Frauen in ihrem Leben mindestens einen Wirbelkörperbruch. Der Wirbel sackt in sich zusammen. Die Wirbelsäule wird regelrecht zusammengestaucht. Im schlimmsten Fall entsteht ein sogenannter Witwenbuckel. Aber trotz so extremer Befunde merken viele Frauen nichts von den schleichenden Wirbelfrakturen. Auch das, was zwischen den Wirbelkörpern sitzt, kann für Rückenschmerzen verantwortlich sein. Die Bandscheiben. Um das zu erkennen, brauchen die Ärzte schon schweres Gerät. Im MRT, der Magnetresonanztomographie, können Mediziner die Bandscheiben sehen. Die puffern die Wirbelkörper und machen die Wirbelsäule beweglich. Geraten sie aus den Fugen, wölben sie sich in den Rückenmarkskanal vor und drücken auf die Nerven. Die Folge? Schmerzen. Oft greifen die Ärzte dann zum Skalpell. Seit 2007 ist die Zahl der Bandscheibenoperationen um mehr als 40 Prozent gestiegen. Dabei warnen selbst Ärzte vor unnötigen Operationen. Denn in neun von zehn Fällen lassen die Schmerzen innerhalb von sechs Wochen von selbst wieder nach. Ohne OP. Und bei jedem dritten älteren Menschen finden Ärzte im MRT einen Bandscheibenvorfall, ohne dass er Symptome hat. Schmerzen durch Bandscheibenvorfälle sind also seltener als man denkt. Wenn die empfindliche Rückenkonstruktion aus dem Lot gerät, sind häufig auch die Muskeln verantwortlich. Durch Haltungsfehler können Rückenschmerzen entstehen. Häufig sehen Ärzte das, wenn die Beine unterschiedlich lang sind. Das Becken ist dann leicht gekippt. Die Rückenmuskeln versuchen das auszugleichen. Die Wirbelsäule krümmt sich. Die Rückenmuskeln verkrampfen und schmerzen. Kaum ein Mensch hat tatsächlich exakt gleich lange Beine. Geringste Abweichungen von der Rückensymmetrie können Orthopäden heute mit sehr speziellen Untersuchungen erfassen. Denn schon kleinste Fehler können die Haltung verändern. Ein um wenige Millimeter längeres Bein, ein verspannter Nacken oder sogar ein schief sitzender Zahn kann Muskeln und Haltung beeinflussen und damit Schmerzen auslösen. Eine weitere Problemstelle im Rücken liegt im Becken, zwischen Kreuzbein und Darmbein. Das sogenannte Iliosakral-Gelenk. Dieses Gelenk ist nicht besonders beweglich. Ärzte können seine Beweglichkeit durch bestimmte Untersuchungen testen. Ist das Gelenk blockiert, sind oft Schmerzen die Folge. Das kann passieren, wenn man eine Treppenstufe übersieht oder einen Tritt ins Leere macht. Solche Blockaden sollen für ein Fünftel aller ungeklärten Kreuzsmerzen verantwortlich sein, glauben einige Forscher. Das Problem, die Blockade können Ärzte nur durch manuelle Untersuchungen aufspüren. Im Röntgen oder MRT sehen sie die Blockade nicht. Letztlich bleibt oft unklar, ob das Iliosakral-Gelenk blockiert und für die Schmerzen verantwortlich ist. Bei der Suche nach den Schmerzverursachern im Rücken haben Forscher nun einen neuen Verdächtigen im Visier, der lange Zeit ein Schattendasein fristete. Das Bindegewebe. Es umhüllt die Muskeln und ist schmerzempfindlich. Diese Faszien können verhärten und sozusagen verfilzen. In Röntgen, MRT und CT kann man kaum sehen, wenn sie sich verändern. Vielleicht konnten die Faszien deshalb ihre Rolle bei der Entstehung von Rückenschmerzen so lange verbergen. Von Kopf bis Fuß. In unserem Körper müssen viele Teile harmonisch zusammenspielen, damit er perfekt funktioniert. Das Netzwerk aus Bindegewebe, das unseren Körper bis in die Fingerspitzen durchzieht, hilft uns dabei. Besonders, wenn wir uns bewegen. Das Bindegewebe, die Faszien, sind helle Gewebeschichten, mal hauchdünn, mal Millimeter dick. Sie bestehen aus dicken Bündeln von Fasern aus Kollagen, dazwischen dünnere aus Elastin und verschiedenen Zellen. Und jede Menge Wasser um die Fasern herum. Diese Feuchtigkeit ist ein wichtiges Schmiermittel in unserem Körper, das alles geschmeidig hält. Wie die Muskeln. Sie sind von den weißen Faszien umhüllt. Das feuchte Schmiermittel lässt sie flexibel aneinander vorbeigleiten, wenn wir uns bewegen. Auch innerhalb des Muskels ist jede einzelne Faser von Bindegewebe umhüllt. Faszien sind an jeder noch so kleinen Muskelbewegung beteiligt und stabilisieren den Körper. Das Bindegewebe sorgt für Halt und dafür, dass die Muskeln an ihrem Platz bleiben. So stützt es den gesamten Körper. Denn wie in einem dichtgewebten Netz laufen die Bindegewebsfasern kreuz und quer und halten so alles zusammen. Bindegewebe umhüllen auch Organe und halten sie am Platz, wie zum Beispiel das Herz. Und auch die Bänder und Sehnen, die Muskeln und Knochen verbinden, bestehen daraus. Nur laufen die dicken Bündel von Kollagenfasern hier alle in eine Richtung, wie in einem Seil. Denn die Bänder und Sehnen müssen viel Zug aus einer Richtung halten. Selbst stärkere Kräfte sind so kein Problem. Aber Halt und Festigkeit sind nicht die einzige Funktion der Faszien. Sie arbeiten auch, wenn wir uns nicht bewegen. Denn das Bindegewebe transportiert auch Abfallstoffe. Innerhalb des Gewebes wandern sie in die Lymphkanäle, die den ganzen Körper durchziehen und werden abtransportiert. Und auch Immunzellen sind hier aktiv, fressen Zelltrümmer oder Bakterien. Für unsere Abwehr ist das Bindegewebe entscheidend. So bleiben wir auch dank der Faszien fit. Aber sie können auch Probleme machen. Häufig betroffen, der Rücken. Bindegewebe kann seinen Wassergehalt oder die Struktur verändern. Es kann dicker werden und verfilzen. Solche Veränderungen können Schmerzen auslösen. Denn in den Faszien liegen feine Nervenenden, die wie Äste an einem Baum ins Gewebe ragen. Diese Nervenenden könnten die Schmerzen übertragen. Aber auch unsere Körperhaltung können Faszien wahrnehmen. Zum Beispiel, wie stark die Wirbelsäule gekrümmt ist. Denn auch zwischen den Wirbeln liegen Bänder aus Bindegewebe. In ihnen kleine Rezeptoren, die messen, wenn das Gewebe gedehnt wird. Auch an den Sehnen und Muskeln sitzen ähnliche Messkörperchen. Solche Rezeptoren helfen, unsere Lage wahrzunehmen und wie wir uns bewegen. Natürlich zusammen mit dem Sehsinn oder dem Gleichgewichtsorgan im Ohr. Ob Bewegung, Stoffwechsel oder Wahrnehmung. Beim erfolgreichen Zusammenspiel aller Strukturen in unserem Körper spielt auch das Netzwerk der Faszien eine wesentliche Rolle. Fußballspielen auf höchstem Niveau. Das bedeutet Dauerstress für die Beine der Spieler. Und bei Fouls sogar akute Verletzungsgefahr. Topfußballer müssen nach Zusammenstößen schnell wieder fit werden. Das geht nicht ohne Hilfe. In der deutschen Nationalmannschaft ist Klaus Eder der entscheidende Physiotherapeut für die verletzten Sportler. Einer seiner Schützlinge, Sebastian Kehl, Nationalspieler und Dortmunds Mannschaftskapitän. Er musste schon mehrfach wegen Verletzungen, zum Teil monatelang, pausieren. Hier ist er wegen einer Kapselentzündung im linken Knie bei Klaus Eder in dessen Regensburger Klinik. Der Chefphysiotherapeut des DFB setzt schon seit Jahrzehnten ganz besonders auf die Behandlung des Bindegewebes. Rhythmisch mobilisieren. Man muss auch mit dem Bindegewebe reden, man muss ein bisschen spielen damit. Klaus Eders Methode, genau ertasten, wo Faszien verhärtet sind und sie dann intensiv behandeln. Hier kann es mit der Hand so gleiten und hier unten bleibe ich richtig hängen. Jetzt halten wir das Gegengewicht, bringen wir das Gewebe unter Spannung und dann sehe ich schon langsam wieder Muskel, beziehungsweise das Muskelbindegewebe wieder taut. Es schmilzt unter meiner Hand. Wie bei Sebastian Kehl betreffen die meisten Verletzungen nicht nur Muskeln. Immer ist auch das Bindegewebe um die Muskeln mit angegriffen. Klaus Eder beschreibt das Problem so. Bei Stress reagiert das Bindegewebe wie ein zu heiß gewaschener Pullover. Es wird unelastisch. Wenn irgendwo das Bindegewebe verkrampft ist, um das mal auf salopp auszudrücken, dann kann alles, was hinter dieser Verkrampfung ist, nicht mehr richtig ernährt werden. Klaus Eders Ansatz, mit gezielten Handgriffen verhärtete oder verklebte Faszien voneinander lösen, damit sie wieder voll beweglich werden. Dadurch entwickelt sich zwischen den einzelnen Schichten so eine gelartige Masse und die ist ganz wichtig, dass die Bindegewebe-Schichten auch frei gleiten können, dass die kritische Distanz aufrechterhalten werden kann, sodass hier also alles im Fluss bleibt wieder. Wenn der Physiotherapeut den richtigen Punkt trifft, kann das auch schmerzhaft sein. Um Verspannungen zu lösen, muss man einfach auch einen gewissen Druck hier anwenden. Und deswegen ist man das als Sportler auch gewohnt. Und am nächsten Tag ist es dann auch zumeist viel, viel besser. Nicht nur bei Matthias Sammer und Oliver Bierhoff. Schon seit den 80er Jahren ist Klaus Eder, hier mit dem jungen Jürgen Klinsmann, wegen seiner therapeutischen Erfolge bei den Fußballern begehrt und geschätzt. Viele Stars lagen schon auf seiner Bank, wie hier Sammy Khedira und Mario Götze. Auch beim deutschen Olympia- und beim deutschen Davis-Cup-Team ist Klaus Eder Chefphysiotherapeut. Wie bedeutend das Bindegewebe für die Heilung ist, weiß er schon seit vielen Jahrzehnten. Ich bin natürlich familiär schon geprägt. Meine Mutter war schon Physiotherapeutin. Und ich kann mich noch gut erinnern, so Anfang der 60er Jahre hat sie angefangen, Bindegewebsmassage nochmal zu erlernen. Und das war ich natürlich als Junge und als Eishockey-Spieler, der sich ja von seiner Mutter ab und zu mal behandeln hat lassen, war ich natürlich beeindruckt, dass es sowas gibt. Auch Tennis-Profi Dennis Gremlmeier lässt sich von Klaus Eder therapieren. Hier steht er jedoch für die Kamera nur Modell. Klaus Eder zeigt, wie er bei Rückenproblemen und normalen Rückenverspannungen die Faszien behandelt und lockert. Die Faszien hier in der Muskel ist so verdreht und dann hat er Kopfschmerzen und zieht da oben bis zum Auge vor. Dann können wir das natürlich uns zunächst mal tasten, ob das so stimmt. Und wir finden dann tatsächlich eine ganz harte, runde Struktur. Jetzt gehe ich der Faszien entlang, dieser verdrehten Faszien. Hier spüre ich den Widerstand. Jetzt bleibe ich hier so lange, bis ich spüre, der Widerstand schmilzt unter meinen Daumen. Erst dann gehe ich weiter. Klaus Eder hat schon in den 70ern bei Ida Rolf, der Begründerin des Rolfing, gelernt. Und sein Wissen über die Faszien bei vielen anderen Experten vertieft. Wenn man jetzt auch noch den wissenschaftlichen Background hat, dann ist man natürlich von der eigenen Therapie noch wesentlich mehr überzeugt, als wenn man nur von der Empirie lebt. Neben schweißtreibendem Aufbautraining ist die Behandlung des Bindegewebes für Klaus Eder eine unverzichtbare Säule im Reha-Konzept. Seine Erfahrung damit hat er schon an viele Kollegen weitergegeben. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann verspreche ich euch, gibt es noch viel mehr interessante Videos auf diesem Kanal. Deswegen kann ich nur eins empfehlen, hier oben abonnieren, beziehungsweise ich kann noch was empfehlen, nämlich diese beiden Videos. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören würdet. Bis bald.